Formel 1 News zu Verstappen und dem Kalender Red Bull ergreift besondere Maßnahmen, um Max Verstappen beim Mexiko Grand Prix zu schützen. Damit reagiert das Team auf die Buchrufe, die er beim US Grand Prix von den mexikanischen Fans erhalten hatte. Verstappen wird vorsorglich von zwei Bodyguards begleitet, da es in den sozialen Medien Drohungen gegen ihn gab. Der Vater von Sergio Perez hatte in der Vergangenheit Emotionen geschürt, indem er Verstappen in Interviews als Feindbild darstellte und die Leistungsschwäche seines Sohnes mit den Erfolgen Verstappens in Verbindung brachte. Red Bull hofft, dass sich Perez vor dem Mexiko Grand Prix öffentlich äußert, um die Anfeindung gegen Verstappen zu entschärfen. Mehrere Teamchefs diskutierten über die Anzahl der Rennen in dieser Saison und brachten einige überraschende Ideen ein. Toto Wolff räumte ein, dass 24 Rennen 2024 viel seien, sagte aber, dass man einen Weg finden werde, mehr Rennen zu veranstalten, wenn dies nötig sei. Zac Brown schlug ein Szenario mit 20 festen Grand Prix und 8, die alle zwei Jahre rotieren, vor, denn das würde eine Expansion in neue Regionen und Länder ermöglichen. Günter Steiner unterstützte die Idee, mehr Länder in den Kalender aufzunehmen und den Sport dort, insbesondere in Afrika, bekannt zu machen. Mike Rack bedrohte die Notwendigkeit einer Weltmeisterschaft, die alle Kontinente umfasst. Wolff erwähnte, dass sein Team aufgrund der Kalendererweiterung bereits mit Personalveränderungen begonnen habe. Stefano Domenicali sprach von der Möglichkeit, künftig 30 Rennen zu bestreiten, auch wenn der aktuelle Vertrag nur 24 Rennen vorsieht.